Also Wien ist für uns einfach eine super elegante Stadt, die extrem sicher und sehr sauber ist. Man hat einfach immer ein gutes Gefühl, fühlt sich gut aufgehoben. Außerdem noch vielleicht die Wörter Wein, Schokolade und Barock. Ja, Wien ist eine süße Stadt. Ich würde den Tag, glaube ich, am Graben und am Kohlenmarkt verbringen. Dann würde ich vielleicht in die Schatzkammer gehen und abschließend einen Drink in den blauen Salon im Hotel Sacha nehmen. Einen Mix verschiedener Sprachen in den Stimmen, schimpfender Taxifahrer, Pferdegetrappel. Den Wind, Wien ist so eine windige Stadt. Mich macht stolz, in einer Stadt zu leben, in der es so ein konzentriertes Angebot an Kultur gibt, und zwar auf den verschiedensten Ebenen, von sehr underground über eine große Mitte bis hin zum High End. Einmal um den Ring und dann hinauf auf den Quopenzel und sich einen Überblick über die Stadt verschaffen.